herzlich willkommen auf meinem kanal das 2024 kunstprojekt das geht um living colors wir haben heute ein bezauberndes modell das modell kann sich selber die farben aussuchen wir bemalen sämtliche kleidung sämtliche requisiten sämtliche accessoires die wir machen wenn du dazu mehr wissen willst abonniere einfach den kanal oder schreib mal in die kommentare ob du detail das im detail auch sehen möchtest oder hier nur ein paar personen so sehen die requisiten aus die kopfbedeckung das kleid wunderschönen farben das ist die strumpfhose alles zusammen angezogen und anschließend wird das modell auch komplett bemalt wie gesagt heute nur ein paar impressionen aber wenn dich das weiter interessiert schreib es einfach in die kommentare so sieht das fertige endprodukt aus wir machen aus drei zwei dimensionen alles wird bemalt die hintergründe die möbel die menschen die kleidung am ende gibt es immer ein bild das ausgesucht wird als besonderheit das wird auf leinwand gedruckt das ist dann living colors sei deine eigene mona lisa wo ist es guck mal da wir springen die teufelschen aus dem bild raus guckst du alles voll paparazzi hier guck mal du da kommst du mich holen wenn du willst von uns zeig dir ok wenn 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 willst lass uns einen daumen da wenn dir das gefallen hat wenn du mehr sehen willst schreib was in die kommentare wir bemühen uns dann auch detaillierte aussagen zu machen so weit so gut am ende muss ich sagen fahrt keine hühnertote bis bald auf meinem kanal tschüss zusammen